hallo und herzlich willkommen zu battlefield 1 mit mir den madino dabei haben wir mal haben wir donut ist heute ein bisschen ruhig leute ja geil das einzige was du hört die welt noch ein medic eingetötet war was ja eingekillt ich habe ein weggeräbt ein weggeräbt ich habe einen gemacht die welt braucht einen medic und ich habe ich bin so froh das spiel ruckelt nicht mehr abgeschlachtet aber es ist so nice gemacht ich weiß es auch nicht alter ist es mal so geil wenn du mal wieder battlefield spielt weil alter es ist so fucking awesome dass das gleiche im märz kommt die switch raus ich habe bock es mir zu holen ich habe bock mir die switch zu holen und ein bisschen von der letzten auf selle zu zeigen wer so weit stammt wer wahrscheinlich kein letzter heraus machen wird aber ein bisschen raus zeigen ein bisschen davon hat die schnauze wird hier angegriffen egal ich werde hier massakriert dicker massakrierung ich habe hier echt eine massakrierung gerade am laufen da oben war der auch wilder mich genau wir haben ein neues intro das hat mein bruder gemacht hier donat oder das intro ich finde das mega awesome alle jetzt habe ich teuer am arsch jetzt hole ich den medic raus jetzt reicht mir jetzt hole ich den medic aus mir ich habe die schnauze voll der medic ist da was zur helle da kann nicht wahr sein das kann nicht sein das kann nicht das ist etwas getarble was neues gibt da ich mir in die hose gegisst habe das gibt immer neues der beschissenste ist du nachlernen willst die ficken dich einfach weg schütteln die schütteln die schütteln die schütteln aber richtig wo sind die leute where are you mein anus läuft er will gegner penetrieren ja seine seite liegt noch im führung da war ein sniper schütze irgendwo der feind liegt im führung ich habe was gehört zweiter kill gemacht oh yeah der feind liegt im führung jetzt gehst du mir jetzt kommst du mir da ich bin die stummi stummi kommt wer wo der kam von hinten der was zur helle ich glaube ich gehe mal andersherum ich habe ihn auch angeschossen digga Boah, ich hasse die Gegner, ja, aber sowas. Digga, wo? Ich geh als Sturmi, Digga, ich hab keinen Bock mehr, ich geh Sturmi spielen. Ich spiel Sturmi, ey. Sturmi kommt! Ich hab ne Fehlermeldung gekriegt, mein Spiel. Hat minimiert? Ne, Fehlermeldung, ich hab mein Spiel. Mein Spiel hat sich verabschiedet. Mein Spiel hat sich geschlossen. Martin? Ich kann grad nicht. Mein Spiel hat Schuss gesagt. Warum? Warum? Hier hat noch ein mitgekriegt! Nein! Nein! Voll geil! Hast du eingekillt? Ja, also wurde ich gestorben und hab ihm noch ein mitgenommen. Wenn ich dann so, wenn ich sterbe, dann nehm ich dir mit! Ja, läuft doch, ihr Faggots! Fire, fire, fire! Hey, das war mein Kollege! Was? Ich komm zurück! Wirf der Nikon, ne! Der TD war auf der Asch! Wer steht hier, Spiel wird geladen. Bei meinem Anus, Alter, ne. Der Feind hat so gut wie gesagt. Ja, noch einen mitgenommen und der hat mich nicht gesehen, wo ich herkomme. Survive! Nein! Nein! Bleed! 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 Bruder! Als durchser Seite komme ich besser klein als er listser banlicher. Besser als er przedstaw als erędzie Sprachfehler. Sprach, ich habe heute Sprachfehler. Alta nein! nein 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 точend ach vomg meine mutter teresas anus alte nicht der mutter mitte meter alter jetzt regnet sauber auch sonst im krieg ab alter so war das sie wird geladen wie lange ist noch die runde kann ich sagen wir haben jetzt auch gleich vorbei blit 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 da kommt amerika schon ich bin zwar nicht der beste battlefield aber es macht trotzdem spaß die anderen aufzureißen nein 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 Nein! Wallah. Ah, fünf Kids gemacht, immerhin. War nicht der Schlechteste, aber auch nicht der Beste. Mann, da soll schon was heißen, Alter. Lol, true story. Komm nicht rein. Ja, gleich, wir sind ja eigentlich auch jetzt fertig. Mann, und ich bin noch ausgeflogen, ich krieg nichts. Und komm, gib mir eine Box. Nein, ich hab keine bekommen, kein Pack, Alter. Ich warte einfach, bis die nächste Runde kommt. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. Ja, und wir kommen wieder zurück. Wir spielen wieder als Stummi. Stummi geht rein, Stummi geht in die Bastille rein. In die Bastille. Hä? Ja, ich bin nur in der Karte. Unsere Stummi liegt in Führung. Schnell in die Bude. Schnell in die Butze. Sch... Ich seh nix, hier ist alles vernebelt. Ich bin auch in der Butze, Alter. Ich steh hier schön am... 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 am Geschütz. Scheiße, der kommt rein. Nein, der hat er mich gekriegt. Nein. The fuck. Nein, shit. Dieser Wichser. Ach, der Pisser. Da hinten hab ich einen gesehen. Nein, den hab ich angeschossen. Ey, ein Kill. Bam. Ich hab Kill gemacht. Kill Hilfe. Ich hab keinen Kill gemacht. Ich aber. Warum hast du einen Kill? Weil ich geil bin. Da. Ja. Noch zwei Kills gemacht. Easy, Alter. Man, ich bin heute da schlecht vom Specht, Alter. Mr. Specht nenn mich heute. Nenn mich Madin, Bitch. Nenn mich den Madin. Mann, da fülle mich. Okay, gemacht. Das ist hier, Alter. Du bist richtig schlecht. Mit welcher warf ich spielst du? Ich bin, ich geh jetzt Stummi, Alter. Bin Stummi. Das ist die, wo steht die Scheiße? Wo steht nochmal die Scheiße? Ja, einen hab ich weggehauen. Hoffentlich kommt jetzt einer. Muss man immer ziemlich hoch am Kopf treffen, sonst. Über der Mauer. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Sitzt ein kleiner Wichser. Gestorben. Und noch einen gekillt. Stand da mit einer Pistole. Warum kriegst du so viele Kills und ich bin sau schlecht. Ja, weil ich heute geil bin, Alter. Bin heute Affen-Titten geil drauf. Was? Weil letztes Mal in meinem Battlefield nicht wollte und heute geht's umso besser. Hallo, dann entholt er mich von hinten, ey. Weggeholt. Weg damit. Weg mit dem Müll. Oh Gott, Alter! Nein, der hat mich gekränkt! Der kam von unten die Treppe hoch, ey. Was ist das denn für einer? Nicht in die Butsche. Was? Und die hat noch einen Kill gemacht. Und noch einen Kill gemacht. Bin ein Mühlenmeister. Mann, der hat schon sieben Kills gemacht! Alter, sieben Kills. Easy, Madi. Easy, komm, heute. Läuft bei dir. Läuft bei mir, heute. Läuft bei mir. Yo, guys. Wir werden mal ein paar Kills machen. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Der hat mich Feuer gekriegt, Alter. Mann, ich bin gerade der Zweitbeste. Was ist los mit mir? Ich nicht. Mann, heute geht bei mir die Lütze ab, Alter. Halbzeit. Wir müssen mehr Druck machen. Vorher sagen, was ist denn hier los? Da und... In der Putze. Was? Ein Zelter! Ja, sorry. Der zeltet so hart, der zeltet... Easy, Digga. Ich liebe diese Map. Der war da oben. Ganz ehrlich. Da war das. Ganz ehrlich. Da war das. Klub, was sagst du? Da war das. Nein. Bäm, Alter. Ich bin aus der Hütte rausgeholt. In der Mühle oben ist einer drin. Immer in der Mühle. Die kämpfen da. Die kenne ich auch noch so aus der Mühle. Lol. Außer Mühle. Da schützt es oben drin. 8,8 stehe ich. 88. Verstehe 88. Ganz ehrlich. Da war das. Guck, guck. Alter! Wo die mal alles stehen! Soll ich mal als Medic gehen? Was sagst du, Medic? Gut, Medic. Du hast ja nix. Weißt du ja gar nicht. Wenn du gut zielst. Du musst ja nur gut zielen können. Weg hier. Und ja, hast recht. Ich spiel Stumi. Ich spiel Stumi wieder. Geh auf Stumi. Stumi geht ab. Ab, die Luzi, Alter. Hab mich abgeknallt. Guckuck. Ja. Na, da. Alter. Von wo? Im Haus. Alles klar. Ich hab den doch gehabt, Digga. Was ist das? Sie können aktivieren oder was? Was ist das? Oh oh. Woops. Alle haben falsch geworfen. Ich bin, man nennt mich auch nicht, den Granatenmeister. Hallo. Nein. 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 Jaa Ah, 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 wo? Ah, immer diese Zelte, ey. Die Zelten, da überall. Ich kriege auch nicht mal Kills mehr. Was ist denn jetzt los, Alter? Mein Schickkull ist auch abgelaufen, ey. Wie zum Teufel! Da ist er! Dieses Dreckschwein! Mein Gott. Du willst rein, John, und da fliegst du wieder raus. Das ist doch mal typisch. Typisch Battlefield. Ne, ne, ne. Trotzdem, Battlefield macht immer wieder Spaß. Schon, du sagst ja gar nichts mehr, was los? Na, warum sage ich nichts mehr? Ja, weil du kannst ja nicht haben, das. Ich war mich an Konzentrieren. Konzentration! Und jetzt, dieser Stelle, sei noch, schau rein, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich vielleicht Battlefield 1. Hau rein. Hab ich noch, hab ich noch was bekommen? Komm schon, gib mir was, gib mir was. Komm schon, wir wollen es noch sehen. Geht mir was. Bin ich dabei. Ja, ich hab was bekommen. Komm, hab ich nichts gekriegt. Haut rein.